Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Red River. Ich bin zurück und ich hab zum Baby im Schlepptau. Tag. 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 So, wir werden einmal gemeinsam reingehen. Wir haben gerade schon mal ein Übungs-Raid gemacht. Wir haben voll in mir einander gewonnen. Ich hab ne M4A1 rausgeschleppt für zum Baby und für mich mit Visier, aber wir werden aus Gründen erstmal die AK spielen, weil wir die gerade offline uns geholt haben. Wir werden folgendes spielen. Ach cool, das seh ich jetzt nicht mehr. Ach wohl, hier wird's angezeigt. Äh, wir müssen Intel finden, danach müssen wir Intel placen und danach müssen wir Extracten. Dafür bekommen wir immerhin ein holographisches Visier. Äh, zusätzlich eine Challenge angenommen, wo wir Essen verkaufen müssen. Jetzt haben wir zweimal Essen verkaufen und einmal All-Tech-Gedönse, wo wir noch Radio verkaufen müssen und Kommunikator verkaufen müssen. Und zum Baby hat andere Quests, aber wenn wir jetzt die gleiche Quest haben, also wie es funktioniert insgesamt, wir nehmen eine Hauptquest an, also einen Vertrag und zum Baby kriegt automatisch den gleichen Vertrag wie wir. Wir könnten auch von zum Baby Verträge annehmen, da wir allerdings alle Verträge haben, die einfach nur scheiße sind momentan, haben wir uns für meinen entschieden, da auch scheiße ist. Jo. Jo. Und dann starten wir einmal in die Map. Ich hab jetzt ne AK ausgerüstet. Was hast du eigentlich für ne Waffe? Äh, die M4A1 und äh, MP5. Ah, okay. Dann gehen wir einmal rein. Jetzt müssen wir mal gucken, wir haben jetzt 11 Uhr mit, äh, morgens oder 11 Uhr nachts. 11 Uhr AM nehmen wir, damit wir Tag haben. Richtig. Loadout. Was ist eigentlich bei Loadout drin? Äh, wahrscheinlich Magazine. Right, das. Custom. Mhm, interessant. Ja. Okay, wir starten rein. Dauert ein bisschen länger, die Ladezeit tatsächlich, wenn man zu zweit spielt. Äh, wir hatten jetzt, einmal haben wir jetzt gespielt gehabt, das hat ne halbe Stunde grob gedauert, wir haben aber tatsächlich uns auch Zeit gelassen und haben die Mission noch abgeschlossen, wo wir Bomben platzieren mussten. Habt ihr jetzt leider nicht gesehen, aber wir waren unglaublich erfolgreich, wir haben 3000 Leute getötet. Richtig. Äh, jeder natürlich von uns. Wir sind auch nicht getroffen worden. Genau. Das ist ganz wichtig zu erwähnen. Äh, ganz wichtig zu erwähnen ist, dass keiner gestorben ist von uns beiden. Ja, das ist auch wahr. Das ist wahr. Das ist tatsächlich sogar wahr. Ja, wir haben die Mission abgeschlossen und sind entkommen. Leider war die Belohnung relativ scheiße, wir haben ein paar Griffe bekommen und das war's. Ja, immerhin, ne? Ja. Dann sag mal ready. Und gucken mal, bei meiner ersten Version, oder bei der ersten Folge war es ja so, dass wir die Kiste leer hatten, wo wir die Bomben, äh, drin hatten. Äh, diesmal ging's tatsächlich wieder. Also da waren sämtliche Items drin, die wir brauchen, wir bräuchten, wir bräuchten, Jammer waren's glaube ich, die wir platzieren mussten. Äh, das hat jetzt funktioniert. Mal gucken, wie's jetzt läuft. Jetzt müssen wir sowieso, wobei wir brauchen die Kiste nicht, wir müssen Intel finden. Intel? Äh, Akten. Oh. Oder, äh, doch, es sind Akten, Aktenordner, äh, Registerding. Ach, keine Ahnung, so eine Akte. Toll. Mal gucken, wo das Ding liegt. Super drin. Ja, das klappt schon. So, Bibi weigert sich übrigens, das Tablet zu nehmen und zu gucken, wo wir sind. Das heißt, es bleibt alles ein Wir hängen. Du machst das hervorragend. Danke. Aber momentan ist es tatsächlich so, wir waren in einem hinteren Bereich der Karte, wo ich noch gar nicht war. So, Bibi war da schon ein paar Mal. Äh, momentan ist es tatsächlich hauptsächlich gesucht, wo was genau ist. Ich glaube, wenn man die Mission zum 300. Mal gemacht hat, weiß man automatisch, wo es ist. Aber im Moment ist es tatsächlich eine Heidensucherei. Ist es im ersten Stock, im zweiten Stock und so weiter. Aber ich glaube, das sind Erfahrungswerte. Äh, sonst spielt sich nach wie vor eigentlich ein ganz gutes Game. So. So, jetzt gucken wir gleich mal, ob unser Dude wieder da ist, der gleich auf uns schießt. Hier sind Painkellers dran. Äh, hab ich zwei. Ja, dann nehme ich mir die. Wir können dann eh tauschen. So, dann gucke ich mal ganz kurz. Jetzt werden wir hier hinten bleiben auf der 4. Auf das Tablet. Was wir mal jetzt, oder wo genau wir hin müssen. Wir waren gerade... Ah, okay, wir müssen wieder da hin. Also wieder in den Bereich da hinten beim Flugzeug und Helikopter. Hier steht ein Helikopter. Dahin ist ein Flugzeug, hier ist auch sehr ausgang. Da waren wir gerade schon. Äh, sehr, sehr praktisch. Wir müssen ganz ans Ende. So, Bibi sieht das übrigens nicht auf der Karte, aber ich kann es markieren. Das heißt, wir laufen praktisch den gleichen Weg wie gerade, würde ich sagen. Nice. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob unser Dude allerdings hier gleich wieder auf uns feuert. Noch sehe ich nicht. Ne, schein Glück zu haben. Okay, dann erstmal hier die Straße entlang. Willst du looten? Was looten? Wo bist du denn schon wieder? Zum Bibi ist übrigens die Loot-Fee. Also alles, was sich irgendwie angeschraubt ist in dieser Map, wird gelootet. Wo bist du denn jetzt? Ja, vorne an der Straße, auf der Straße, um genau zu sein. Warum stehst du auf der Straße? Warum nicht? Das ist eine Straße, die ist zum Stehen und Fahren da. Ja, aber dann seh ich dich doch. Oh, ein Reflexvisier, was ich leider nicht auf meine AK schrauben kann. Warum? Ich hab nicht reingeguckt. Ja, sei aber schuld. Ein Fuel-Container ist auch noch drin übrigens. Hast du den nicht vorhin gesucht? Ja. Ja, das ist wieder alles voll bei mir. Ja. Und ich nehme mir trotzdem mit. Ja, willst du, dann lauf am Strand entlang. Also ich gehe jetzt zum Strand. Ja, mach ich auch. Okay. So, Bibi schickt mich übrigens meistens vor. Ja, damit du lernst, wie die Map ist. Vor allem eher als Kugelfang. Oh ja. Die treffen mich doch immer zuerst. Ich bin ein Traumfänger für Kugeln. Schieß auf mich. Ein Traumfänger für Kugeln. Mir ist nichts besser eingefallen, was irgendwas fangen soll. Baseball-Handschuhe. Ich gehe jetzt, ich gehe von links. Du kannst hier von rechts gehen. Okay. Bin runtergefallen. Oh no. Bin tot. Komm. Geh doch da hoch. Okay. Okay. Hier hat man das vorne das erste Mal Feinkontakt bereits. Ja, hier sind immer zwei. Übrigens, ähm, wir wurden auch durch Autos beschossen, durch Wände wieder beschossen. Also, ja. Nach wie vor ist es noch ein bisschen arg buggy alles, aber wird schon. Ist hier momentan kein... Ich höre auf niemanden. Ich sehe dich. Oben auf dem Turm ist einer. Welcher Turm? Ja, bei uns der Turm? Nein. Nein, da vorne. Okay, vorne. Nein, nein, in dem links. Okay, okay, okay. Der ist zu weit weg, den treffe ich nicht. Ja. Aber der patrouilliert da. Okay. Ey, wenn der... Wenn der Dude mich sieht, ne? Soll ich mal schießen? Na, na, wie weit... Wie weit ist denn der weg? Ich sehe den Turm halt nicht. Ja, weit. Warte, ich mache gleich. Ach, da, in dem Turm. Ja, okay, das könnte gehen. Okay, er ist tot. Ja, gut. Also, der ist jetzt nicht so... Das sind 100 Meter, das wirst du wohl hinkriegen. Das funktioniert mit... Der Zobi hat ein Rotpunktvisier, damit sollte es funktionieren. Iron Side wiederum... Naja, schwierig. Okay, ich rücke weiter vor. Ah, ist auf jeden Fall noch jemand. Oder was? Können wir eigentlich da außen rum? Ja, ich guck mal. Ja, nee, komm, lass die mitten durch. Einmal mitten durch, die mit. Okay, ich gehe mal nach vorne. Ja. Guck, der hat uns jetzt gesehen. Ja, nee, klar. Deswegen eigentlich... Und dann kennst du das Hundekampf. I'm sorry, wenn man das hört. Nee, hört man nicht. Okay, du kannst... Du kannst gehen. Die linke Seite kann ich... Ähm... Abdecken. Rechts allerdings nicht. Bin übrigens hinter dir, ne? Ja. Wo bist du, ja? Ach du, die linke. Ich guck mal nach rechts. Mhm. Da ist keiner. Da war jemand gehört, aber jetzt nicht mehr. Ja. Oh. Oh, okay. Warte, ich möchte... Da ist noch so ein Waffending. Ich hole mir das eben. Würde ich theoretisch empfehlen, später zu looten. Nein, ich will das jetzt looten. Ja, das ist klar. Das ist immer leer. Okay, wir gehen... Wo bist du? An der Halle von... An der Halle entlang. Na, was? Ich komme. Guten Tag. Moinsen. Okay. Warte, ich will mal ein Dude looten. Bist du das wahrscheinlich? Der Sound ist momentan noch ein bisschen schwierig. Man hört die eigenen Teamkameraden relativ weit und nah. Schritte von Gegnern hörst du praktisch gar nicht. Oh. Oh. Wenn er eine M4 oder was mit Visier dabei hat, nehme ich. Ja, was ist... MP5 SD? Eher nicht. Sieht aber nett aus. Was hat die denn? Inspekt. Oh. Nein, scheiß drauf. Da ist nichts dran. So, dann einmal wieder hier rumkommen. I'm coming. Ich sitze ums Eck, nicht erschrecken. Hier oben. Hier waren eben ein paar Boots, ne? Ja. Na ja, muss ja irgendwo was sein, also. So leer kann die Map nicht... So leer kann die Map nicht sein. Stimmt. Hier kratze ich keinen. Einen Laser. Den kann man dran machen, tatsächlich. Lass mal bei den Panzern lang. Ich bin schon da. Ah geil, jetzt verdeckt der Laser mein Ironside. Ich liebe es. Kinos. Wo ist es denn? Inspekt. Pack das Ding mal dahin. Ja, danke. Perfekt. Okay, ich seh dich. Alda. Bist du beschossen? Nein. Es wurde auf mich geschossen. Ja, wirst du beschossen? Nein. Es wird auf mich geschossen. Ich hab verstanden, hast du geschossen. Nee, das hört man. Da. Oh, okay, ich hab ihn gesehen. Uhrzeit? Äh, 12 Uhr. 12 Uhr. Auf meine Sicht. Gut. Aber ich seh ihn nicht mehr. Ah, er ist ums Eck. Er kommt. Oh, jetzt hätte ich ihn. Er ist da links rum. Er kommt rechts wahrscheinlich. Weiß nicht, ob er dich umläuft. Ich tag mal rechts ab. Okay. Weil er zum Container kommt. Er ist relativ nah. Nee. Auf links. Wow. Alter. Durch das Ding durch? Nee. Au. Ja. Gito. Er hat durch das Ding hier durchgeschossen. Das darf nicht wahr sein. Aber er ist tot. Okay. Unglaublich. Ja, teilweise schießen sie noch ein bisschen sehr strange. Oder ist das ein anderer, der auf mich geballert hat? Nee. Das war der. Wow. Ah, doch. Davon, wo kommt der jetzt? Ja, aber wenn die da durchballern können, kann ich doch bestimmt auch da durchballern, oder? Ja, wenn du uns ziehst und triffst. Der müsste tot sein. Aber ist das auch? Das ist die Frage. Ich decke da hinten gerade einen Rücken. Alter. Aha. Der hat ja ganz schön viel gefressen, ey. So dead. Ja, ja. Der ist tot. Okay. Stellen wir mal kurz hier zwischen. Die treffen leider relativ gut. Okay, wir müssen dann praktisch den Gang entlang. Zwischen den beiden Hallen durch. Bis ans häusse Zaunende. Ich will den Dude da vorne aber, ne? Ja, dann geh. Geh. Wirst du gut gehen. So, wie ich kann. Na gut. Nach vorne musst du abdecken, dass der nix in den Rücken fällt. Das kann ich nicht mehr. Nee, nee, nee. Ich hätte gerne eine Waffe mit einem Visier. Wenn ich was wünschen dürfte. Nope. Nope. Schau. Okay. Dann einmal weiter. MP5K. Was hat die denn? MP5K ist die Kurzvariante. Die ist normalerweise scheiße. Weil die Streuen großer wird. Warte mal. Ich nimm mal. Ich hör jemanden. Den Helm. Weiß jetzt leider nicht, wo du hingelaufen bist. In die Halle. In der grünen Halle. Okay. Vor uns? Ja. Die rechte Halle. Einer steht an der Halle auf jeden Fall und quatscht sich einen ab. Die rechte. Okay. Ich bin hier innen. Einen drin. Schon am anderen Ende. Ich hab doch nur einen Helm angezogen. Ich seh dich gerade. Hier. Komm mal vor. Richtung Tür. Falsche Seite. Genau. Du musstest mich sehen eigentlich. Hallo. Ich bin der Dude hier. Kann ich hüpfen, weil hinter mir einer steht? Äh. Ach da. Hier. Genau. Dad? Würde wahrscheinlich gleich einer ums Eck kommen. Wo bist du? Ja, ja. Ich bin immer noch da, wo ich eben war. Okay. Ich hör sie, wie sie trampeln. Da ist einer, aber der steht leider. Warte. Warte. Warte mal stehen, bitte. Danke. Komm mal zu mir, wenn's geht. Da hinten ist noch einer. Kommt ihr von da hin? Er lebt aber noch. Wie machst du, dass ein kleiner Rücken fällt? Alter. Danke. Danke. Alter. Sag doch was, wenn einer auf dich zu... Sag, wenn einer auf dich zu rennt. Ich hab mich doch gerade. Er läuft auf dich zu, wäre... Ja, da ist noch einer. Er rennt auf dich zu, wäre ein guter Call gewesen. Nur fürs Protokoll. Ich hab eigentlich gedacht, ich traf den. Ja. Er kommt genau auf dich zu, wäre super. Wirklich, wirklich hart vorbeigeschossen. Er hat einen guten Helm. Mal hin. Nee, jetzt will ich keinen mehr. Jetzt hab ich einen. Oh, sein Rig ist tot. Was ist das denn hier? Ein Magazin. Das könnte eins von... Wenn das... Das könnte eins von meins sein. Da ist ein Skarmagazin, will ich nicht. Skarmagazin. So, da vorne hab ich einer erschossen. Einer stand hier ums Eck. Wobei, das müsste der gewesen sein. Nee, okay, hier kann keiner ums Eck stehen. Dann steht der irgendwo hinter der Mauer. Okay, lassen wir weiter. Ich hätte nach wie vor unglaublich gerne ein Visier. Dieser Wunsch ist sehr, sehr stark. Mit Iron Sight. Es ist echt ein anderes Spielerlebnis. Wenn du ein Visier hast. Okay, da vorne ist das blaue Teil, wo wir rein müssen. Ja, das grüne. Blau und grün. Passt die gleiche Farbe. Okay. Ich nehm das mal einfach so hin. Ja, bitte. Das ist eigentlich recht entspannt, Typ, ne? Willst du das nicht das hier sein? Nee. Warte. Das ist nicht das hier. Das ist das kleine... Das Mini-Hütchen hier. Das ist... Das hier. Da ist es. Intel hab ich. Ganz kurz gucken. Wo müssen wir das jetzt hinbringen? Wir müssen es hinbringen... Was? Nirgendwohin. Extract? Äh, nee. Place. Ah, oh. Was? What? Ist das dein Ernst? Wir müssen jetzt wieder ganz... What? Wir müssen komplett zurücklaufen? Nee, oder? Okay, wir müssen komplett zurücklaufen. Wie bescheuert ist das denn? Komm mal da... Moment, kommen wir da an die Seite hoch? Das kann doch nicht sein, dass wir jetzt komplett die blöde Map zurücklaufen müssen, oder? Ja, doch, hier hinten. Wo ist man denn hin? Ja, wir laufen hier. Hier, komm mit. Komm mit. Wir können hier vorne lang. Und wir laufen jetzt praktisch durch alle Gegner nochmal durch, zu... Was? Just for fun. Ja, geil. Weil die Mission sagt, lauf durch alle Gegner durch. Wirklich. Ja, aber das mach ich gerne. Gut. Lass du mal vor. Ja, okay. Die Baracken sind zu. Was war das denn? Meine Taschenlampe. Alter, hab ich mich erschrocken. Vorne ist einer, die Serpentine da runtergekommen. Okay, ich bin schon in Richtung Serpentine oben. Du bist, glaube ich, zu weit vorgelaufen. Ja. Kennst du hier? Ja. Hier ist hier niemand. Okay. Wir müssen hier hoch. Hinter dir. Ist einer übrigens. Echt? Headshot. Gut. Da ist, danke. Bitte. Soviel zu, da ist keiner. Keiner. Ich hab niemanden gehört. Die reden immer. Nee, nicht immer. Die sind ja auch nicht doof. Ja, doch. Ja, okay. Zu einem gewissen Teil. Wobei die KI tatsächlich, also wir spielen nur auf Medium, also auf den Standardschwierigkeitsgrad im Moment. Die sind gar nicht so doof, tatsächlich. Die sammeln sich auch und so weiter und so fort. Und die agieren zusammen. Das ist eigentlich ganz okay. Mal ganz kurz, wo müssen wir jetzt lang? Ah ja, hier. Ja, halt. Halt, 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 zurück. Zurück, 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 zurück. Warte, zurück. Ja, hier. Hi. Wir müssen hier durch, glaube ich. Gibt es auch ein guter Durchgang sein. Ich würde den Dude aber schnell looten. Ja, mach das. Da hast du, da hast du Durchgang. Der war doch hier auf dem Weg nach oben, glaube ich. Oder wo war der? Ich tue um 2M. Ah, alte Taschenlampe, die braucht man tatsächlich. Immer auf den Links hoch. Wo ist der hingelaufen? Der war doch hier auf dem... Ach, keine Ahnung. Auf dem... Nö, hier ist nichts. Irgendwo, irgendwo wird er liegen. Ist egal. Hier kannst du von mir aus rennen, wenn wir nicht eben mitten im feindlichen Gebiet stehen. Das sagst du nur, weil du jetzt selber rennst. Richtig. Überraschend. War überraschend. Also, da stehen sie, okay. Vielleicht rennen wir einfach gar nicht. Ich glaube, der hat mir wehgetan. Ich habe ihm auf jeden Fall wehgetan. Da liegt ordentlich Blut rum. AKM. 70er Helm. Wir haben einen 105er Helm. Rüstung ist Chemie... Oh ja, Rüstung. Sehr gut. Der hat eine bessere Rüstung. Vor allem ist seine Rüstung noch pipi-doppi. Meiner ist runtergeschossen. Eine Toolbox hat er einsteckt. Wir nehmen mal blau hin. Müssen wir die Straße entlang, ja, ne? Helm zusätzlich mit. Wir müssen die Straße entlang, ja. Na, ich glaube, ich weiß, äh... Zu Straße entlang, ja, oder? Na, ja. Ich weiß, wo das ist. Da war ich auch schon. So, Bibi kennt einfach die Map auswendig. Ah, nee, das... Ja. Ja, wir können hier hoch. Ja. Gut, hier kenne ich mich tatsächlich auch aus. Ich war hier schon mal. Mhm. Okay. Ja, lass an der Mauer entlang. Dann hinten durch. Und war schön? Äh, war... Ja, war eine Erfahrung. Äh, irgendwann stand einer vor mir und hat mich blatt gemacht. Hm. Aber wir können jetzt erst mal hier vorlatschen. Aber es wurde sich darüber beschwert, dass es sehr wenige NPCs geben würde. Ich finde, das ist, äh, völlig in Ordnung, die Anzahl. Finde ich jetzt auch nicht schlimm. Nö, so übertrieben viele dürfen es auch nicht sein. Und die sind tatsächlich... Sie sind nicht so mega einfach zu bekämpfen. Zumindest, wenn du jetzt nicht mega im Flow drin bist. Dass du irgendwie nichts anderes spielst, wie den ganzen Tag solche Shooter. Dann okay. Oh, hier ist einer. Bist du hinter mir? Ja, oder? Ja. Da ist irgendwo einer. Recht nah hat es jetzt zu mir. Ja. So viel zu recht nah. Ja, Rüstung ist wieder bei Null. Okay. Jetzt habe ich gerade aufgetragen, die Rüstung. Das Problem ist, er hat sich nach... Also, es könnte sein, dass rechts so einer ist. Ja, geh ruhig gucken. Ja, da gu... Da ist ein... Is that? Nice. Geh mir mal in Deckung, dass ich den Dude looten kann. Mach ich. Ich brauche eine Rüstung. Ah, okay. Seine Rüstung ist hin. So viel zur Rüstung. Andere vielleicht. Gauen wir mal. Leider habe ich den Headshot nicht gesetzt. So, ich gucke mal ganz kurz, wo wir rein müssen. Ich glaube, wir sind relativ nah. Ja, wir sind tatsächlich relativ nah. Wir müssen hier rein und dann eigentlich gleich am Eingang... Ins Haus. Äh, nicht hier in das... Nicht in das Blaue, sondern rechts davon. Da ist der Dude. Hast du eine Rüstung? Auch... Okay, hier ist einer. Vorsicht. Du müsstest vor, meine Rüstung ist unten. Hm. Äh, hier in diese Halle müssen wir rein, in die braune. Und zwar relativ nah am Eingang ist auch der, ähm... Ist der, wo... Der Ablageplatz praktisch. Alles soweit müssen wir gar nicht. Ich habe eine zweite Etage übrigens. Ja, aber das müsste hier sein. Ich glaube, es ist diese blöde Kiste. Kannst du mir... Ja, da ist die Kiste. Dumpen. Da ist es. Okay, ganz kurz. Ich guck mal. Fertig. Einer ist an der Seite, oder? Ja, wir können raus. Äh, Ausgang wäre... Gut, wir müssen hier eh vorbei. Okay, der ist ganz nah hier. Ja. Gut. Gut. Oh, hier ist eine Box. Waffenbox. Guck da mal rein. Ja, ich gucke. M4A1... Oh! Was? Zwei mit... What? Nee, die hat eine und zwei. Scheiße. Wo ist er? Hier ist noch einer im Präger. M4A1... Hier ist noch einer. Das ist scheiße. Das hat zu dir Waffen nicht. Was ist der denn jetzt? Yes! Rotpunktvisier. Uh! Man, ich will looten. Respekt. So, wir machen jetzt Trick 17. Wir holen uns jetzt hier das Magazin raus. Und haben dadurch zwei Magazine. Zeige ich allerdings mal, der schon eine AK wegballert, aber... Weil wir ballen die M4A1 weg. Nehmen wir eine AK wieder mit. Äh, die hier hätte ich gerne. Ja. Da haben wir nämlich einen Griff dran geschraubt, und das Teil. So, wir müssen jetzt... Ähm, hier praktisch rechts. Beziehungsweise in meine Blickrichtung an den Zaun und an den Zaun entlang. Äh, geh vor. Ach nee, ich muss ja vor. In meine Rüstung. Achso. Boah, hast du in den Duda schossen? Da. Hat der eine Rüstung? Äh, nee. Also der Helm ist kaputt. Der Helm ist mir egal. Ich brauche eine Rüstung. Ja, guck doch. Ich habe nicht nachgeguckt. 22. Oh, das ist besser wie meins. Hinter uns war noch einer. Übrigens, der ist aber verschwunden. Ich weiß nicht, wo der ist. Verschwunden. 22 sind mehr wie null. Einmal sagen lassen. Schaube, ich bin hinter dir. Ich war jetzt gerade eine Leiche. Komm jetzt vor. Wo bist du? Äh, ich bin... Ah, ich seh dich. Ja. Ich seh dich. Ich komme. Wo müssen wir denn hin? Hier an der Seite entlang. Steht, da ist einer. Komm mal hinten. Wieso hat das Ding... Toll, ich habe vorne eine Spitze. Ich habe ein Rotpunktvisier, habe aber vorne noch die... Das Iron Sight mit drauf. Was ist das denn für ein Scheiß? Einer ist hier auf jeden Fall. Hinter dem Häuschen irgendwo. Ja, ja. Ich habe den gehört. Au, ich werde geschossen. Au. Durch die Wand wieder. Ach, geil. Deck mit dem Arsch. Kannst du mal reingehen, damit ich auch rein kann? Au, so. Ich sterbe, glaube ich, gleich. Warum? Weil mein Bildschirm ein bisschen rot ist. Sie kommen. Painkiller? Ja, kann ich jetzt nicht. Sie kommen. Wo können wir uns? Einer ist dead. Schweine. So, ich nehme mal Penkiller. Ja, nehme mal Penkiller. Ah, geil, dass sie ein Fass voll hallen. Okidoki. Nehmen wir mal Deckung. Ja, komm mal zu dir. Ja, komm mal ja. Da hinten ist einer. Direkt vor uns. Sieht meine Sichtrichtung. Hat aber, ist glaube ich auch nicht getriggert. Halt dir den Rücken frei. Guck mal vor uns auf jeden Fall. Ach. What the fuck? Ja. Hat dich gesehen? Er hat auf mich geschossen. Hat's auf mich geschossen, der Dude. Ist jetzt hinter mir gelaufen? Ich bin hinter dir. Ich bin hinter dir. Ich bin da. Da kommt da. Er ist dead. Oder? Ich habe ihn getroffen, aber ich glaube nicht, dass er tot ist. Ich glaube, der liegt da. Echt? Ich glaube, der liegt da. Ich habe da nur einen Schuss. Ich habe da auch geschossen. Achso. Wir sind ja nicht alleine. Ne, er lebt nur. Ich habe da auch mal einen Painkiller. Was ist denn Medic? Haben wir E2. Äh. Wie ist der Muni noch? 18 und 21. Ich war gerade in einem Auto drin. Nice. Hab ihn. Wo bist du? Ich bin hier vorne. Der hat dich umlaufen. Quatsch. Ich bin doch hier vorne. Ja, guck mal, wo ich stehe. Hinter dir. Und da war er gerade. Hier habe ich ihn gerade gekillt. Ja, das ist ja blöd. Pff. Okay. FMJ. Geil. Danke, das ist die Muni, die ich brauche. Das ist aber lieb von ihm, dass er mir die Munition vorbe... Da wollten wir nur die Munition vorbeibringen. Alles gut. Guck, du beschwerst dich. Nicht direkt. Alles gut. Der war nur nett. Der war nett. Der wollte mir... Brauchst du eine HDD? Nee, oder? Nö. Ich habe SSD. Das hier rein, das Ding da rein. Okay, Amos auch unten. Du bist jetzt schon weiter vor, oder? Ja, ja. Ich laufe hier so rum. Okay. Ah, guck mal, ein Gegner. Wo? Da. Er guckt mich an. Pa, 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 bitten. I am eradan. So, da vorne ist der Ausgang irgendwo. Ja, ja, hier. Ja, genau da hat manみt. Ja. Komm mal hier rein. Ja, ja. Eins von zwei. Zwei von zwei. Geil. Mission geschafft und ordentlich was weggeholzt. Aber auch. Läuft ja bei uns. Wieder nicht gestorben. Wieder nicht gestorben. Aber, die hauen schon gut zu, die Dudes. Vor allem, die schießen halt tatsächlich ab und zu mal durch Wände. Das ist ein bisschen komisch. Das Schade ist, dass man nicht zusammen mit einem Hightout ist. So, also wir haben, hier ist übrigens die M4-1, die wir vorhin, wo wir drüber geredet hatten. Die ist die, das ist die hier. Jetzt haben wir eine neue gefunden, die praktisch ist nicht identisch. Oh, die hat einen besseren Laufzucker, die ich jetzt habe. Schön. Eine MP5-SD haben wir noch gefunden. Und wir werden jetzt erstmal mit der M4 weiterspielen. Dafür habe ich jetzt auch zwei, drei Magazine. Wir nehmen mal zwei Magazine mit. Bloß 48 Schuss. Ein Painkiller. Die AK kann erstmal wieder weg. Dann können wir die Taschenlampe verkaufen. Dann können wir, ich habe jetzt zwei Helme im Moment noch als Ersatz dabei. Jetzt, was ich mich frage. Was denn? Warum kriege ich Munition für die Ska-L, aber die Waffe kriege ich nicht? Ja, weil du irgendwann die Waffe kriegst. Also bei Missionen und so weiter und so fort. Kann das sein, dass du sie bekommst? Kann ich das Visier da drauf knallen? Was ich hier mal jetzt? Moment. Kann ich das Visier hier drauf... Vor allem müsste ich vorne... Die Waffe halt vorne, weil sie den langen Stock hat. Ach, deswegen ist das besser eigentlich, wenn die den kurzen hat. Durch den langen Stock ist das... Das ist absolut gekloppt. Was ist das hier? Leopold Delta... Was ist ein Leopold Delta Point? Und... Ach so, das ist das... LD. Ja, so. Dass das Visier drauf bekomme. Das geht nicht. Das geht. Dann nehmen wir die Kurzvariante allerdings mit. Das heißt, die hier parken wir mal zwischen. Wie kann man Items drehen eigentlich? Ah, mit R. Hab's gefunden, danke. Ah, gerne. War mir eine Freude. So, hier haben wir nämlich die... Das Iron Side nicht drauf. Also, wir haben keine Blockierung bei der Sichtlinie. Dann nehmen wir lieber die M4A1 mit. Ist ja prinzipiell egal, welche wir mitnehmen. Cash-mäßig sieht's ganz gut aus. 7.700. So, gucken wir mal, was wir für Missionen haben. Beziehungsweise, eine Mission haben wir abgeschlossen. Dafür kriegen wir ein holographisches Visier. Einen... Eine Flashlight und einen Grip. Und 2.000 Dollar. Dolaris. So. Oh, cool. Jetzt seid ihr vier Missionen. Wie sag ich, vier? War das nicht sonst immer drei? Warte, bis du startest, ne? Ja, aber waren das nicht drei Missionen? Ja, kann sein, dass du jetzt vier kriegst. So, mal vier. Beschwer dich doch nicht. Der Ruf ist auch jetzt schon relativ weit. Bei UECS. Aber die Belohnungen sind nach wie vor scheiße, die wir haben. Holographisches Visier. Ähm... Install the Bugs. Drei Stück. Wäre das Beste, was ich habe. Oder hast du irgendwas Besseres? Ne, ich habe immer noch das, was ich davor hatte. Achso, okay. Das wechselt nicht. Ne, ne. Solange ich das nicht mache. Ja, okay. Dann nehmen wir die. Gibt zwar nur 2.000 Dollar. Aber... Ich koche nie. Und Skyl-Magazin. Dann sagen wir einmal... Reda. Track. Soweit kann ich ja schon machen. Dann haben wir Challenges. Ähm... Old Tech brauche ich noch. Flashlight haben wir mittlerweile. Und Radio. Also ich brauche schon Radio. Altes Radio. Und alter Kommunikator, wenn du findest. Und Food. Ganz viel. So, Trade haben wir eigentlich alles. Waffe haben wir. Rucksack haben wir. Rüstung ist... Okay, meine Rüstung ist halt im Arsch. Was kostet die Rüstung? Gute Frage. Was brauche ich für die M4A1? Für Munition? Äh... FMJ zum Beispiel. 860. Ich habe 9.000. Glaube, ich bin bereit, die zu investieren. Bin tatsächlich bereit, die zu investieren. Äh... Pack das hier mal da rein. Das da rein. Das da rein. Oder das da rein. Dann können wir das Ding hier sellen. Mal gespannt, was dafür bekommen, wenn die runtergeschossen ist. Ich kriege 688 für die runtergeschossen und zahle 800 für eine neue. Okay, der Deal war geil. Schön. Warum nicht? Kann man mal machen. So, habe ich die jetzt in meinem Stack drin. Ja, ne? So, aber 38 Minuten. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zusehen. Au.